Erwin Waldner war ein deutscher Fußballspieler. Karriere Georg Wutzer, der damalige Trainer des VfB Stuttgart, holte den damals 19-jährigen Waldner vom TB Neckarhausen zum VfB. Bereits in seiner ersten Saison 1952-53 absolvierte er als Stürmer alle Spiele in der damaligen Meistermannschaft und brachte es bis 1960 auf mehr als 300 Einsätze im Trikot des VfB. Dort gewann er im Jahre 1953 die Vizenmeisterschaft und in den Jahren 1954 und 1958 zweimal den DFB-Pokal. Er war sowohl Spielgestalter als auch Torschütze. Herbert Hensler bezeichnete ihn in einem Vortrag als Legende und Superstar beim VfB. Zitat aus einem Länderspielbericht Anführungszeichen Was der am Ball kann, ist nicht zu beschreiben. Neben seiner Technik bestach er durch enorme Schnelligkeit und Schusskraft. Als einer der ersten deutschen Fußballer wurde Waldner Profifußballer im Ausland. Von 1960 bis 1961 war er für den FC Zürich in der Schweiz aktiv sowie von 1961 bis 1963 für die Mannschaft von Spalfaara in Italien. Dort kam er in der Serie A auf 18 Einsätze und zwei Tore. 1963 kehrte Waldner zur Gründung der Bundesliga zum VfB Stuttgart zurück, für den er noch bis zum Jahre 1967 aktiv war und auf 63 Erstligaspiele und zwölf Tore kam. Sein damaliger Trainer Rudi Gutendorff bezeichnete ihn in einem Fernsehinterview als Weltklasse-Spieler. Als Amateur lief er später für den FV Ebingen auf. In deutschen Nationalmannschaft spielte Waldner 13 Mal und erzielte zwei Länderspieltore. Er war knapp 13 Jahre jünger als Fritz Walter und für die Position des Spielmachers geeignet. Im Länderspiel gegen die Sowjetunion in Düsseldorf 1956 war er nach Augenzeugen und Spielbericht bester Mann auf dem Platz. Sepp Herberger hielt jedoch nicht an ihm fest. Obwohl er laut Meinung von Fußballexperten zu seiner Zeit bester Spieler auf seiner Position in Deutschland war. Nachdem Helmut Schön 1964 Bundestrainer geworden war, erhielt Waldner aufgrund herausragender Leistungen in der Fußball-Bundesliga erneut das Angebot in der Nationalmannschaft zu spielen. Waldner lehnte ab, da er dieses Kapitel als abgeschlossen betrachtete. Sonstiges Seit Beendigung seiner Karriere betrieb Waldner das Restaurant Angburenhof auf der Schwäbischen Alb, unweit der Ruine Hohen Neufen in der Nähe seiner Heimatstadt Nürtingen. Seit etwa 1998 war er an Parkinson erkrankt. Anlässlich seines 75. Geburtstags fand in seinem Heimatort am 13. Juli 2008 ein Benefizspiel statt, bei dem das Sportgelände in Erwin-Waldner-Stadion umbenannt wurde. Während der Frauenfußball-WM 2011 fand die philatelistische Ausstellung Erwin-Waldner eine Fußball-Legende des VfB Stuttgart und der deutschen Nationalmannschaft in der Philateli-Gärtner in Bietigheim-Bissingen statt. Sein Sohn Erwin-Waldner-Junior wurde Deutscher A-Jugendmeister und spielte in der 2. Bundesliga. Waldner starb am 18. April 2015. Erfolge DFB-Pokalsieger 1954 und 1958 18. April 2015. 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 18. April 2015.